So, herzlich willkommen zu Hazard Ops, mit dabei der Peric, der Kev und der AIM. Hallo. Ja, das ist ein Co-op-Shooter. Ja, gestern wurde das auch schon auf meinem Kanal gesehen, aber bei euch ist es ja nagelneu. Ja, was soll man dazu sagen? Co-op-Shooter gegen verschiedene Monsterarten, auf verschiedene Maps, mit verschiedenen Modis. Da können wir gleich noch ein bisschen näher reingehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. AIM, mach mal ready. Der AIM, wieder nicht ready. Der Angst. Ist ja nicht nur Co-op, ne? Ist halt Free-to-Play, momentan... Genau, es gibt auch PvP, darf man nicht vergessen. Momentan ist es halt in der Open Beta jetzt heute gestartet, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, vorgestern. Ja, also ihr könnt teilnehmen. Und wir haben jetzt den Modus Massive Survival ausgewählt. Es gibt da noch zwei andere, unter neuen verschiedenen Variationen, mit vier Schwierigkeitsgraden und, und, und. Massive Survival ist jetzt ähnlich wie bei... Vielleicht kennt der ein oder andere DOD5, also World at War, diesen Nazi-Zombie-Mod. Das ist ähnlich. Also wir müssen hier verteidigen. Die Gegner kommen durch die Fenster. Wir müssen die Fenster wieder reparieren. Können tiefer ins Level eindringen, indem wir uns mit Punkten, die wir dadurch verdienen, uns hier weiterkaufen, Waffen kaufen, und, und, und. Ist halt durchhalten. Im Endeffekt. So, und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an mit Ballern! So, kurzer Infostand. Also wir haben jetzt auch noch nicht viel gespielt. Ja, genau. Ist auch recht neu. Ist ja auch erst seit heute in der Open Beta und, ja. Genau, also man kann sich immer weiter kaufen hier, immer andere Waffen kaufen. Guck mal, der Aim hat einen Crossbow. Ja, der Aim hat es raus. So, wir standen hier direkt auf Schwierigkeitsgrad Advanced, also wir haben einfach mal normal übersprungen, weil wir so Babos sind. Bababababam. Das ist zu einfach für uns. Zu einfach. Oh, man muss natürlich hier verteidigen. So, und jetzt, genau, jetzt Aim musst du wieder reparieren. Wie denn? Mit E gedrückt halten. Oh, jetzt sind ziemlich viele, ne? Alles nachladen. Kev, scheiß dir nicht rein. Ach, wie geil. Wuhu! Ich, oh, uh. Ähm! Reparieren! Beim Reparieren! Und, 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 und. Und, und. Wir können auch zu zweit reparieren, Perry. Komm mal hier. Richtig Handwerker-Boys, Junge. Richtig gegenkloppen, Junge. Fehlt nur noch die, die, das Bau-Dekolleté. Da kommt bei mir immer irgendwie so ein, so ein Balken in der Mitte. Ja, das ist nachladen. Das ist nachladen. Wenn du den weißen, wenn du den weißen Schrich triffst mit dem, mit dem Nachladen, dann kannst du schneller nachladen. Komm mal zu mir, Jungs, komm mal zu mir. Oh ja. Der Typ im, im tollen Shirt. Man kann sich hier jetzt für Punkte weiterkaufen. Und dann kommen hier neue Gebiete. Oh, pass auf, hier kommen welche. Ja, die kommen ja uns nach. Komm mal ruhig rum hier. Ey, da ist ein Dicker drin, ne? Ja, ja, jetzt komm ran hier. Wir müssen zusammenbleiben. Genau, deswegen sag ich, komm ran. Hier kann man jetzt zum Beispiel, hier ist ein Tisch mit Waffen. Da kann man die, äh, kaufen. Ähm. Stellt euch an, Mann! Alter Junge. Abgeschlagen vom Rest der Welt. Das sind jetzt so eine Mutanten-Zombie. Ja, wie kann ich Waffe nicht nehmen? Weil du nicht genug Punkte hast. Oben werden deine Punkte angezeigt. Die kriegst du durch. Alter, Junge! Die kriegst du durch Kills. Guck mal, Reuniger Köter bleibt übrig. Oh, Junge, da kommt einer mit einer Keule. Oh, guck dir den an! Der Keulenwoll. Oh, von oben, von oben, von oben. Oh, 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 oh. Okay, wollen wir hochgehen? Komm, wir gehen mal hoch. Oh, hier hast du noch ein Upgrade. Give me that upgrade. Oh, hier kommt es runter. Oh, Junge. Damage increased. Ab geht's nach oben. Ah, hier sind schon wieder die Fenster offen, ey. Oh, okay, okay, ja. Guck mal, der Kev. Guck mal, was soll das denn? Was soll das denn? Fensterbauer-Cave ist, wir haben Spaß. Fensterbauer-Cave. Wie krieg ich denn, wie krieg ich denn, ähm, mal Munition für meine Hauptwaffe? Ja, du musst auf der Minimap gucken. Genau, da sind Munitionskissen. Es gibt ja die Waffen, also die, die Blitze sind Fallen. Man kann hier Fallen aktivieren. Ähm, dann gibt es die Waffen. Ah, da. Das ist klar. Wir müssen hier freikaufen. Genau, hier brauch ich 1500. Oh, das hast du gemacht. Und hier gibt es hier zum Beispiel Muni. Oh! Und die kann aber nur einer nehmen. Die kommen gar nicht mit. Ich erkläre hier. Ich habe einmal gesperrt. Du hast einmal gesperrt. Oh, Mann. Oh, Gott. Okay, Aim. Oh, Herr Holm. Scheiße. Scheiße. Oh, hier kommt Dicke durch. Fokus. Oh, der Dicke. Alter, Junge. Oh, da kommt direkt der Nächste. Und hier ranwerken, Junge. Boots. Ich hau ihn weg. Ich hab gar nicht. Munition ist alle. Alter, der Aim. Wo bist du? Okay, hier, Aim. Komm mit. Oh, hier kommst du durch ein Fenster, Alter. Sie brechen durch. Da. Alter. Okay, weiter, weiter, weiter. Hier, Hundchen. Ich hab halt keine Munition mehr. Ich brauch nur eine Kiste. Ja, Leute, hier, siehste, kauft Waffen, Jungs. Auf der Map wird alles angezeigt. Wow, hinter uns, hinter uns. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Das ist das Wichtigste. Hier ist wieder eine schöne Waffe. Oh, jetzt. Jetzt hab ich wieder was. Ich hab dafür gar keine Pum. Boom. Oder? Ihr könnt auch schlitzen, Leute. Ihr könnt auch schlitzen. Wisst ihr wie? Was gibt's hier? Wisst ihr, wie ihr schlitzen könnt? Mit F. So könnt ihr schlitzen. Alter. Zack. Schlitz. Schlitz. Alter, das sind voll viele. Schlitz. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Schlitz, ich schlitz. Schlitz, ich schlitz. Easy. Gar keine Pum. Man regeneriert Leben mit der Zeit. Das ist ganz cool, wenn man nicht im Kampf ist. Oh, hier. Ach, hier waren wir doch schon. Ja, wir gehen mal nach da. Wir gehen mal einmal durchs Level hier. Das ist im Endeffekt, das ist so ein Rundlauf, wo man sich halt durchkaufen kann. Und wodurch man halt neue Orte freischaltet, wo es halt andere Waffen gibt und so weiter. Oh, hier kann man was kaufen. Genau. Das ist so, Kev hat hier aufgemacht. Nice. Ja, Leute. Der Kev hat hier schön aufgemacht. Er hat teuer Geld ausgegeben. Die knallen Dicken ab. Ey, hier kommen die Dicken. Was ist denn das für ein Ding hier? Das ist die Falle. Das ist die Falle. Alter, der hält raus. So. Wollen wir hier weitergehen in die Treppe runter? Ihr müsst immer bedenken, die kommen eh zu uns. Wird gerne Waffen haben. Ja, deswegen weitergehen. Hm. Der Maxim guckt hier ganz interessiert rüber. Hm. Maxim ist free to play. Ich hab nur noch eine Granate. Ich hab nur noch drei Schuss, dann bin ich oben. Ja, Leute, dann kommt ran. Hier ist überall, guckt auf die Minimap, hier drin gibt es Flammenwerfer gibt es hier drin. Flammenwerfer? Ja, da ist der Käffer am Stahl, Alter. Nein, kann nicht mehr. Da, stimmt. Oh, guck mal auf die Minimap, was da ankommt. Oh Gott. Oh, jetzt hab ich die Minimap. Wow. Oh, ich hab ne Pistole. Oh, der AIM, Alter, AIM. Der ratzt da rein. Alter, AIM, geh mal vor, Junge. Babo, los. Knall die weg. Weg. Halt doch, halt mal rechts. Knall sie weg. Ich glaub, du kannst dich auch hinsetzen, AIM. Halt mal rechts. Guck mal, hier, Nahkampf. Schlitz. Schlitz. Alter, da kannst du... Schlitz. Ich hab keine Hunde. Ich hau euch tot. Schlitz. Oh Gott. Ey, wo bist du denn? Irgendwer hat mich weggeknallt mit einer Handgranate. Hä? Oh, 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 oh. Egal. Oh, jetzt müsst ihr... Das ist jetzt so ein Bonus-Ding. Da müsst ihr die, ähm... Die Boxen kaputt machen. Und dann kriegt ihr Punkte. Die ihr dann ausgeben könnt für Munition und so weiter. Ja genau, hier sind überall so kleine Boxen. Müssten sein. Ja, ich hab voll viele kaputt gemacht. Maximum Amor. Hm, hier ist nix mehr. Du, 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 du. Oh, komm mal hier hoch. Wollen wir hier, wollen wir uns mal hier in diesem Bunker verschanzen? Komm, lass mal hier in den Bunker rein. Ja, was? Alter, ich mach hier die ganze Zeit Kisten kaputt. Ja, ja. Und dann können wir auch zumachen. Aber noch nicht aktivieren. Ja, die Zeit ist gleich weg. Ja, das soll ich... Wir müssen nicht alle einsammeln. Das ist so ein Bonus-Ding. Dann müssen wir die Zeit um uns. Ja, dann kommt die nächste Welle. Oh nein, ich komm. Warte, ich bin ganz weg. Ich bin weg! Hilfe! Kauf dich durch! Einer geht doch hier bei uns. Ja, warte! Ja, der Peric. Der ist wieder im Kisten kaputt. Timbuktu ist der. Ich bin im Auenland. Kommt rein, Jungs. Der Peric kommt durch. Ich komm. Guck mal, da ist eben hier. Der Babo. Mit der Minigun. Ja, ich würd sagen, jeder an einem Fenster oder so? Alter, was haben wir denn nicht? Also Notfalls, könnt ihr das hier aktivieren? Nein, 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 nein. Das hält nur eine gewisse Zeit. Das ist nur Notfalls aktivieren. Das hält irgendwie 10 Sekunden oder so. Ja, wollen wir echt in so einen engen Raum? Ja, klar, Mann. Babo. Guck mal, der Aim, Alter. Der kniet da, Junge. Einer mit der Wumme im Anschlag. Wie kniet man denn? Das geht nur mit der Minigun. Guck mal, da hinten kommen sie. Ja, noch nicht ballern. Munition, Leute. Lass sie rankommen. Ist wie beim Napoleon-Krieg hier. Von links kommen auch welche, Kev. Ja, ich schlack sie jetzt. Lass sie. Schöner Vergleich, ne? Wie bei Napoli. Knallt die weg. Oh, dann kommt Dicker. Ja, ich werf eine Granate hin. Nein, die Granate ist drin. Nein. Oh Gott. Friendly Fire ist aus. Gar kein Problem. Aber ich lieg am Boden. Leute, komm mal her. Leute, holt mich hoch. Ich komme. Mit E, 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 Kev. Ah, ich bin tot. Okay. Geht wieder rein. Man hört, Aim. Ah. Ich komme. Oh, ich zerbreche hier. Ich komme rum, Jungs. Ich komme rum. Ich komme. Oh Gott, das war so ein Fail. Wir hätten niemals hier reingedürfen. Natürlich. Ich bin einfach nur... Ich habe die Granate in den Raum geworfen. Oh Gott. Leute, komm wieder zu mir. Nein, Friendly Fire gibt es nicht. Hier. Rett mich. Hintermessen tausend, Leute. Rette mich doch. Ja, du musst still. Oh Gott. Es tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott. Töte. Ja. Granate. Wow. Wow. Oh Gott. Komm, komm. Nee, du bleibst liegen, Kollege. Ich bin nur noch 90 Sekunden da. Lass wieder in den Bunker. Das war übel lustig. Nein, du musst F8 drücken. Du musst F8 drücken. F8. Oh, ich bin schon. Dann setzt du deinen Revive-Token ein. Oh, das ist nice. So, jetzt kommt mal rum hier. Alter, ich trau dir nicht, Max. Nein, wieso nicht? Hier liegt ne Menni. Was? Das ist übelgeil. Übelgeil hier drin. Ey, wir sind am Anfang. Wir müssen wieder da hin. Leute, hier. Wir sind zu zweit, ne? Ja, aber wir sind eben und ich sind am Anfang. Ja, genau, da lang müsst ihr. Ja, da lang, da lang. Ja, genau. Komm, rum hier. Nein, hier. Und jetzt in den Bunker. In den Bunker. Nee, nicht in den Bunker. Doch, in den Bunker, ey. Noch einmal. Komm. Es war eben nur mit der Granate. Ist die Panik ausgebrochen. Ja, die Panik, Alter. Du hast... Oh Gott. Oh Gott. Eeeh. Alter, der Amos ist doch noch... Nee, sind wir an der Tür? Ich bin jetzt draußen. Oh mein Gott. Alter, Perry, Mann. Du machst so ein Wunsch. Reise, Röder. Nein, du schießt. Halt mich. Ich bin nicht an der Tür. Alter, der Amos ist auf. Oh, Leute. Gegen. Haut raus, die Granate. Oh, da ist er besser. Ich helfe ihm hoch. Ja, ja. Nein, nein. Wieso geht es doch? Er ist um. Und jetzt bratscht sie weg. Alter, der Amos ist weg. Nicht Granaten mehr. Boom. Und Granate. Oh, der Dicke. Der Dicke. Der Dicke. Nicht der Dicke. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Giftwolke. In die Ecke. Ich bin revived. Ich bin revived. Ich bin revived. Ich bin revived. Alles cool. Gift, Gift, Gift. Der hat das Gift. Oh, ich habe es ganz knapp überlebt. Okay. Wollen wir drin bleiben oder wollen wir rausgehen? Alter, nee. Ich bin weg. Ey, bist du tot? Ich bin raus hier. Okay. Wollen wir mal einen Anführer bestimmen und alle müssen dem folgen? Alter, ich habe keine Munition mehr. Perrick, den sieht schon so zahlermäßig aus. Perrick, stimmt. Den sieht man überall. Perrick, wir folgen die. Alter, Junge. Hinter dir, AIM! Die Hunde des Todes! Oh Gott. Boah, richtig vergasen. Oh. Oh. Alter, der Kev holt sich hier erstmal einen Flammenwerfer. Flammenwerfer! Wuhu! Geh rein! Brenn sie weg! Rein, komm hier! Was soll das denn? Oh, jetzt Schlitz! Kev! Oh Gott! Ich bin tot! Rettet ihn! Schlitz! Ich komme durch. Oh, Alter, ich bin instant tot. Oh, ich bin auch down. Alter, wir müssen mit mehr Taktik da rangehen. Ja, Leute. Ihr habt einfach keinen Plan vom Game. Gut, dass du die Ahnung hast. Oh, ich krabble vor ihm weg! Ah! Kev! Oh no! Oh no! Also F8, denkt dran. F8. So. Ich wurde gerade gereckt. F8. Oh. Ich bin... Zäck. Was hier bei? Ihr dürft nicht in die Wölfe. Oh, der Dicke! Oh, Alter. Und durch, Jungs, durch! Wir müssen uns verschanzen irgendwo. Ja, dann, okay, dann folgt mir einfach mal. Oh, hier geht's nicht lang. Oh, oh, ich hab... Schaden, willkommen. Oh, hier, hier, hier. Ich hab ne, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, komm mal mit. Was ist da aufs Fenster reparieren geworden? Ja, nee, lame. Lame. Bisschen Spannung reinbringen hier. Hier, guck mal, hier Handwerker. Was soll das denn? Handwerker. Hier oben, glaub ich, hier oben ist, glaub ich... Ja, ich mach die Fenster zu. Hier, hier, hier. Hier, nee, hier, hier im Raum bleiben, oder? Können wir auf den Hof gucken, wir können die Treppe... Können wir das denn zu machen? Die müssen, die müssen erstmal die Treppe hochkommen. Boah, ich brenne. Ja, ihr dürft nicht gegen die brennenden Säulen kommen. Ach doch, weitergehen, aim. Nee, 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 ich mach nur hier zu. Okay, dann bleiben wir hier in der Nähe auf jeden Fall. Ich bin der Klempner, na. Der Klempner, boi. Da unten rennt noch ein Gegner rum. Hier ist ein Hauchfenster kaputt, macht mal was, man. Nein, die gehen nicht heile, man. Die, guck mal, das dritter Stock. Ach so, stimmt, ja. Als ob da Zombies reinklettern. Okay, dann bleiben wir einfach hier oben. So, okay, ich hab jetzt ne Waffe. Ja, hier ist noch ein Zombie, ich muss den noch kaputt. Ja, ja, mach den kaputt. Mach den tot. Mach den kaputt. Alter, mit der Minigun. Nice. Kill 8 Enemies. Sie ist bei using a handgun, okay. So, Munition ist wieder eingepackt. Hier liegt ne Farmer aus. Das ist ne Waffe, aim. Das ist ne Waffe. Richtige Bubblegum. Ich stell mich jetzt hier hin, in den Weg. Ja, die Minigun. Hier, zack. So setz ich mich hier hin. Boah, alter, der Peric, man, der ist so ein Boss. Alter, schieß mir nicht in den Kopf. Oh, ja, aber nicht aufpassen. Ja, der explodiert. Aim, komm rum. Kev, was macht die... Oh, der Backdoor kommt ein Dicker. Das kann man auch missverstehen. Und renn. Alter, ich muss... Meine Waffe muss abkühlen. Alter, da kommen drei Dicke. Winten sind sie durch. Wir brauchen die Minigun. Die Minigun. Die Dicke, die Dicke. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich liege wieder auf dem Boden. Oh, ich bin down. WTF. Oh, alter, die hauen uns weg, ey. Kuck. Alter, wie die uns wegkloppen, ey. Ich lebe. Gar kein Problem für Hand of Blood. Oh. Hand of Blood, ich lebe. Hand of Blood, ich lebe. Hand of Blood, ich lebe. Ich muss auch nur erwähnen. Zweiter Schwierigkeitsgrad, Leute. Es gibt noch zwei weitere. Oh, der Hund krabbelt über den Dicken. Nein, Sackgasse. Hi. Oh, Gott. Leute, wieder im Bunker? AIM, sie kommen. Wo seid ihr? Komm, K. Wieder beim Bunker. I'm on the run. Ich bin hinter dir. Oh, nice. AIM, AIM packt ihr Flammenwerfer aus. Granate. Oh, einfach Granate. Alter, hier fliegen die Leute durch die Gegend. So, Rinder jetzt wieder. Erobern. Zurück erobern. Rauch, ey. Ich hab die hier alle geröstet, Mann. Flammierte Zombies. Knallt sie einfach. Ja, die Schwachstelle war das Ding hier, ey. Ey, ich will das reparieren. Wie war das? Tobies dritter Stock? Ja, ja. Nee, die sind... Nee, ja. Ich weiß nicht, wie die Dicken da durchgekommen sind. Kann das zumachen? Jo. Hitshot. Oh, ah, ist noch. Hä, wie klinge ich mein Flammenwerfer wieder zurück? Ich hab die Waffe gewechselt und jetzt... Den Flammenwerfer... Alter, wer schmeißt denn der Granaten um sich? Ich... Ich repariere hier fröhlich. Mach's auch. So, es fehlen noch zwei Zombies. Der eine habe ich hier. Zack, down. Der andere kommt da. Alter, ihr könnt doch nicht treffen. Der Aim hat keinen Aim. Wow, war das laut. Der Aim. Objective Fail. Round 10. Ja, hier die Dicken. Du musst die mit der Minigun hier vor das Tor setzen. Hä? Wer hat das jetzt zugemacht hier? Wo seid ihr denn? Ja, geil. Ich hab keine Minigun. Ach so. Scheiße. Dann müssen wir die hier mit Granaten begrüßen. Alter, wir sind hier voll in der Zwickmühle, glaube ich. Wieso? Oh ja, hier kommt schon wieder einer. Oh, 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 oh. Von der Seite. Alter, wie viel hält der aus? Ey, kommt da so ein Dicke um die Ecke. Oh, Toxic Maller. Oh, oh, noch einer, noch einer, noch einer. Bring den doch um. Dicke. Ah. Aim, hinter dir. Aim, hinter dir. Oh, Mann. Oh, der Aim, Alter. Oh, Mann. Ah. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hau ab, Jungs. War schön mit euch. Oh, nein. Nein, 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 nein. Lass mich doch nicht sterben hier. Oh, ich bin tot. Alter, ich bin weggesprengt. Kebs. Ich geh lauf, Junge. Durch. Lauf. Oh, komm, Aim. Oh, hier, Upgrade. Schön. Bomb. LOL. Ich hab sie hochgejagt. Nice. Oh, ich hör mich selber, Alter. Schrei ich so laut? Ah. Boah. Alter. Der Max, ey. Lass mich da im Bunker, Mann. Das ist die... Granate. Im Bunker mit vier Flammenwerfern. G, G. Im Minigun. Alter, ich hab 9000 Punkte. Ich hab Zeit für eine Minigun. Ah, come on. Ich glaub, da oben war geil. Weg mit euch. Weg. Boah. Boah, von hinten kämpft. Ey, ey, mir neben dir. Alter. Boah, was ist das denn? Boah, was war das denn überhaupt? Das war die Crossbow. Das... Ja, der Crossbow. Nice. Zack, alle weg. Komm, wieder hoch. Ich setz mich jetzt vor Scatter mit der Minigun. Ich brenne. Oh. Von mir her. Von hier kommen ja keine, glaub ich, oder? 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 Gibt's denn hier nicht noch irgendwo eine Waffe? Doch. Wir müssen mit den Fallen arbeiten hier irgendwo. Ja, hier gibt's halt keine Fallen. Die kannst du nur Bereiche absperren. Ich hab'n Flamme. Nice. Komm mal wieder zum Ausgangspunkt. Ja. Zu euch. Ich setz mich hier in die Ecke und werde einfach töten. Bratzst du nur in die Richtung? Ich werde einfach nur töten. Ja, wenn ihr was... Genau, du jetzt da drauf. So, wo ist Parry, wo ist Aim? Ah, ihr repariert noch. Ey, wenn da ein Dicker ist, ich knall den weg. Ich knall den weg. Dann setz ich mich hier hin. Hier so. Hast du auch Flammenwerfer? Ja, mit dem kannst du dich nicht hinsetzen. Aber mit dem kannst du auch richtig gut auf Nahkampf, wenn die gegen das Tor kloppen flambieren. Oh, hier, hier, hier. Ist mega schnell. Wow. Und... Weg ist er. Abgebrannt. Weg ist er. Zack, der implodierte. Das war der Dicke, den ich weggeknallt hab'. Alter, ich sag' grad Erdbeer. Aim ist tot. Ich hab keine Waffe wieder. Aim. Aim. Die kommen hier, die brechen durch bei Aim. Ah! Ja, du hast doch Flammenwerfer. Alter, die sind tausende Hunde, alles. Oh Gott. Minigun! Halt rein! Bin dabei. Keine Muni! Muni leer! Ah! Oh Gott. Fertig noch. Oh, hinten, hinten, hinten. Ah, der Dicke! Oh Gott. Das ist der Dicke, Mann. Oh Gott. Die nehmen mich hoch, das ist der so, boah. Weg hier. Oh, Alter. Alter. Perry, lauf! Nee, gedrückt sein. In den Bunker. In den Bunker und sperr uns ein, sperr uns ein, sperr uns ein, sperr uns ein. Nein! Ich bin doch Barschmann. Alter. Alter. Aber eben, es tut mir so le... Alter, wie er immer schreit, ey. Nein! Alter, jetzt voll der miese Bunker. Nein! Ich bin tot. Oh, der Dicke. Damage ich die? Ja. Oh nein! Komm weg, Jungs, weg! Er lebt draußen, Mann. Aber guck mal, eben der Babbo. Komm, weg! 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 Alles verbrennen hier. Weg! Weg! Weg mit euch! Zur Seite. Alter. Ich bin schon wieder tot. Ich könnte auch Granaten werfen mit G. Alter, da. Oh! Oh! Mit einem hin! Holt mich hoch! Aim! Ich mach, ich mach. Bruder! E! 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 Ich drücke E! Du musst E drücken! Gib mir die Spritze! Alter! Perry, vor dir! Vor dir! E! Ja, du bist ein Bro, der Aim kann nichts, Alter. Hier, Spritze, rein in den Kopf. Nice! Das ist ein Bro, Aim. Der Aim, kann ich nicht, kann ich nicht. Lässt ihn Eis kratzen. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich lieg da Boden vor ihm, krabbeln. Stirb! Stirb! Ich glaub, ich sollte mal diese Fallen benutzen. Wie auch immer die funktionieren, aber... Alter, ich weiß noch, Alter... Nee, die sperren einfach nur den Bereich ab. In anderen Maps gibt's richtige Fallen. Spiel mal nachher noch. Alter, bei mir... Ich hab die ganze Zeit Tinnitus, Alter. Voll der Bug. Kommt von deinem Geschrei, ey. Nee, das ist Ingame. Als wär ich die ganze Zeit noch tot. Ich glaub, ich lass mich mal sterben. Ey, ich lass mich mal sterben. Ich lass mich mal sterben. Ich lass mich mal sterben. Warst du zu lange am Leben? Das Spiel hat's gar nicht erwartet, oder? Oh ja, schöne... Alter, ist das ein Raketenwerfer? Nee, ich wollte schon sagen. Nein. Einfach Raketenwerfer, Inc. Alter, ich muss mich umbringen lassen. Oh, ist ein Boss hier? Oh Gott. Was ist denn? Wo seid ihr? Alter, guck doch mal. Ich hab irgendeine Leiste. Was hast du? Hast du nicht auch so eine Gäbe? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Boss? Ja, ich will mich erst mal töten lassen, weil... Oh Gott, warum lässt sich denn töten, wenn ich hier bin? Ah! Weil der... Selbst schuld. Oh Gott. Ja, komm, bringt mich um. Geht doch. Oh, Hilfe! Hilfe! Leute, wir müssen uns sammeln. Oh, was ist das denn, Alter? Was denn? Oh, ich bin tot. Alter, da ist ein Boss. Ja. Der hat mich abgerippt. Hinter dir, hinter dir. Ey, hier sind die... Die haben mich richtig abgerippt. Oh, was ist das für ein dickes... Wo ist denn der Boss? Ach, du dicke Mutter. Oh. Ich hab den noch nicht... Granata! Oh Gott. Knallt sie weg! Wow! Ey, wir dürfen hier nicht bleiben. Wir kommen hier aus allen Richtungen. Weg! Zum Bunker. In den Bunker. In den Bunker rein, wartet, bis alle drin sind und abschließend. Ich bin allein. Oh, Alter, ich bin schon wieder tot. Ey, die sind überall. Ja, ich sprint jetzt einfach zum Bunker durch. Wow. Alter, die sind überall. Okay, okay, ich komm durch. Ey, warte. Ja, ja. Kannst du knicken, Perry? Nein! Kev! Nur noch wir zwei. Oh, der Dicke kommt, der Dicke kommt. Oh, ich bin tot, ey. Der ist wie an. Das sind zwei, ne? Die hat mich einfach rollen. Ne, der eine ist normal. Der ist lame. Aime, wir leben wieder. Komm. Sprinte durch hier. Da rein, da rein. Kev, rein! Ja, okay, wir drin drin. Ich nehme so eine Minigun hier. Aime und ich klären. Noch nicht zumachen, noch nicht zumachen. Kommt rein, bevor der Dicke kommt. Oh, shit. Oh, Aime, Alter. Aime hat's richtig zerkloppt. Geh nichts. Aime hat's zerkloppt. Wenn der gleich hier reinkommt. Alter, die hauen mich weg, ey. Oh, da kommt der Dicke! Aime, komm her! Oh, Gott. Alter, Kev und ich liegen hier zu Brei geschlagen, ey. Alter, Aime und ich sind einfach tot. Okay, wir müssen irgendwo hoch wieder. Folgt mal dem Typen mit einem tollen Hemd. Alter, wir sind tot. Peric, du musst ganz auf Leertasse drücken. Abgerimt! Okay, ey, Kev, komm. Ja, okay, wohin, wohin? Ja, ja, follow me. Follow me. Ich komm auch. Peric ist auch da, Peric ist auch da. Ja, eben, eben fehlt noch. Der Dicke ist fast noch full live, ey. Ja, ja, den knall mal weg. Wir müssen erstmal seine ganzen Ads knallen. Guck mal hier, der Dicke. Der denkt... Wie sieht der denn aus? Ey, ich ballere eine ganze Salve in den Reihen. So. Jetzt suchen wir ihn. Oh, Gott. Enemy. Unendlich, oder was? So, ich hole mir die Grenades. Leid er noch dran? Ich bin noch da. Der folgt uns, ey. Wir rennen gerade vor ihm weg. Der folgt uns. Wieder zurück. Zurück. Wo ist denn AIM? 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 Oh, no. AIM ist tot. Hat er ein Disconnect? Oh, hier ist er. Wow! Granaten! Oh, zurück! Alter. Gott, ist der auch schnell! Alter! Lauf! Und jetzt, wenn er um die Ecke ist, auf drei schießen wir mal. Eins, zwei, drei. Hä? Was ist das denn? Das war doch nicht der Babo. Ne, das war nicht der Babo. Der Babo kommt da... Der ist zu fett. Hä? Ich hab meine Waffe weggekommen. Er ist durch, er ist durch, er ist durch! Feuer! Feuer! Woaa! 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 Lasst mich durch! Ah, der ist ja dick! Mann, ist der dick, Mann. Ihr müsst, glaub ich, auf dem... Da, wo diese Sutsche rauskommen, müsst ihr draufhalten. Alter, der hat irgendeine Ohre auf Doom. Oh fuck! Oder auf den Kopf. Wow! Alter, klingt... Klingt wie so ein Dinosaurier, Alter. Nee, ich glaub auf den Kopf, oder? Alter! Wow! Ich bin down! Wie der schreit! Wie so ein Dinosaurier. Alter, echt. Ey, meine Munition ist leer. So ein dick, Mann. Warte, ich probiere so ein Minigun. Uh! Hier, halt rein, Kev! Ja, muss er, muss er! Er kommt, er kommt! Oh Gott, ich hänge an der Sohne fest! Äh! Oh Mann, ey. Uh, uh! Bratz ihn weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Komm, hier schöne... Nee, hin auf den Tank drauf, oder? Wow! Der hat verschiedene Schwachstellen. Oh! Oh, meine Waffe ist überhitzt. Oh! Hier brennt alles. Oh Gott. Boah, der liegt immer noch, ey. Oh Gott! Und vergasen. Weg! Oh, Alter, guck mal, was das Feuer über ihn zieht, ey! Boah! Oh, ich bin down! Hey, holt mich hoch! Der hat nicht gewandelt. Ruhig! Ah! Ah! Entschuldigung! Mich weggeklopfen! Alter! Ich mach dich klein! Der riecht mit seiner Keule auf mich drauf, ey! Aber mich hat er auch grad einfach ins Gesicht. Bäm! Oh nein! Oh nein! Will er mich nochmal hauen? Weck mich tot! Alter! Peric! Knall ihn weg! Komm schon! Alter, der hält aus! Ich glaub hin! Ich glaub hin! Yo, Peric! Ähm, was geht? Ich bin... Alter! Ich hab gewusst, dass die Nachbarn hochgekommen sind! Was? Die Nachbarn sind hochgekommen? Oh Gott! Alter, wer hat die meisten Kills? Ihr Luschen! BG! Na, Alter, der Bus war übelzart! So, komm! Hast du die Aufnahme unterbrochen oder läuft die noch? Nee, nee, läuft klar! Gut, dann machen wir... Ich mach mal direkt nächstes Level. Du bist sogar noch drin! Das war ein richtig schweres Level, Mann! Boah, das war richtig übel! Also, ich muss jetzt... Ich muss jetzt ein Level runterschalten! Hahaha! Okay, dann schalte ich eins hoch! So, alle ready? Warte, ich mach ready! Wollen wir jetzt mal Expert? Alter, Junge! Der war gerade schon richtig tot! Ja, okay! Wir machen noch mal Advanced! Wir machen Advanced! Boah! Alter, der Boss war richtig strong, ey! Ey, mach ready! Hab ich doch schon! Ey, er hat Angst! Kann ich verstehen! Kann ich auch verstehen! Ich bin eingeschüchtert, Mann! Ja! Kein Wunder! Du musst ja nicht gegen den Bock gehen! Von deinem Nachbarn! So schön, wenn man keinen Nachbarn hat! Hahaha! Bist im Studio grad! Ja! Der Maxim will die ganze Zeit aufnehmen, jetzt geht er weg! Oder? Gehst du weg? Geh weg, ne? Tschüss! Ja, richtig so! Bei dir würde ich auch weg gehen, Max! So, das ist Shangri-Laust! Das ist halt asiatisch! Und hier gibt es auch dementsprechende Zombies! Asiatische Schlitzer-Zombies! Ja, Schlitzer-Zombies! Aber wirklich! Schlitzer-Zombies! Schlitzer! Hey, ich würde sagen, zwei kümmern sich um den Hof, zwei in! Komm hier! Ja, aber geh doch eh weiter! Achso, stimmt! Die erste Runde! Die erste Runde ist so eh Eierschaufeln! Gar nicht! Ich bin gespannt! Guck mal, der Aim ist schon Profi! Gar nicht! Wie war das? Nightmare? Nightmare? Nightmare macht Aim easy im Alleingang! Aim hat halt... Oh, guck mal, First Blood! Guck auf seinen Namen! Der Peric! Headshot! Easy! Gar kein Ding für'n Peric! Weg! Check! Oh, ich kauf weiter! Komm! Ah ne, brauche noch 100! Brauche noch 100! Dann brauchen wir ja 500? 600? Oh! Wo ist denn hier die krassen Boys? Guck mal hier durch die Tür! Also wir zeigen jetzt... Geht das immer bis Level 12? Oder Wave 12? Glaubt schon, ja! Habt ihr den Boss getrattet dann am Ende? Ja! Ja, ja! Alter, Aim! Das war tot! Ja, da war ein Schritt weg! Der Boss war ein Babo! Der war ein richtiger Babo, Alter! Der war Babo hoch 10! Oh, Junge! Guck mal schon auf die Map, Alter! Was da alles kommt! Oh Gott, das klappt mal Runde 2! Wichtig ist auch Headshot! Da kriegt ihr mehr Punkte! Naja... Profi! Profi! Alter, ich bin draußen alleine! Was ist los mit euch, Leute? Ja, dann komm ich rum! Ist doch schon vorbei! Jetzt stell dich nicht an! Ja, ich bin ja gewohnt alleine im Krieg zu sein! Alter! Okay, lass jetzt mal weiter gehen! Weiter kaufen! Los! Mach auf die Tür! So! Und weiter, Jungs! Weiter! Sieht aus wie so... Alter! Jetzt geht's in die Tiefe! Ins Dungeon! Komm weiter! Nächster! Freikaufen! Bring die Punkte ein und irgendwas außer das, was wir brauchen! Kann ich! Naja, die Waffen, die hier rumliegen kannst du kaufen! Und dann kriegst du automatisch Money! Weil sonst gehst du halt out of ammo! Wo ist es? Alter, von draußen! Und reparieren! Hand of Blood! Der Bauarbeiter! Pass mal! Alter! Ich... Ich bewach den Eingang nach unten! Oh Gott, da kommen richtig viele! Oh Gott, da kommen richtig... Alter, da kommen richtig viele! Alter, Junge! Warte, die hole ich runter! Oh Gott, da kommen richtig viele! Achtung! Boots! Boah! Alter! Das... Das... Die sehen aus wie so Mumien! Hier kann man eigentlich bleiben, oder? Ja, aber von links und rechts kommen auch manchmal weiter! Hol das Teil da! Feeling crazy! Oh, da kommt der dicke Babbo! Oh, ein Babbo! Ein Chinesen-Babbo! Guck mal, die haben alle ihre Reißhelme auf! Hahaha! Die guten Al... Alter, Bomben! Abgeräbt! Okay, weitergehen! Komm! Ich kann freikaufen! Ich hab 1000! Ja, du bist der Freikäufer! Ja! Und nachher bin ich nur noch am schlitzen, weil ich keine Muni hab! Hahaha! Ja, deswegen hol ich mir immer Jesus! Ey! So! Oh, gestealed vom Aim! Nee, nee, ja! Parry, bleib mal stehen! Oder Kev, bleib mal stehen! So, Aim, komm mal her! Aim, komm mal her! Und drück hier mal! Hier, guck mal, Kev, hier ist Super-Rappen! Drück mal... Drück mal den Button! Ah! Dann Aim, schnell durch mal hin und Kev drück hier! Ja, das stimmt, Mann! Nein! Okay! Ich drücke! Oh! Hahaha! Aim ist tot! Hahaha! Boah, Junge, was kommt hier?! Boah! Ja, Aim einfach F8! Boah! Boah! Kev! Rattern! Granate! Das ist wie im Krieg! Ah! 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 astreiger, ich, ich bin hier... Alter Joih, wir fetzen durch die Gegend! Boah! Wie viele auch! Hüüüten! Boah! Alter, man, man kommt richtig in so einen Rausch,uch,also. Da kann der mal werfeikaufen? Ich bin immer hier der Gönner. Ach? Hier! Eine Kiste... Kiste mit Waffe. Was ist hier? M249. Ich hab bald keine Muni mehr. Nimm einer mit hier die Waffe. Ach, jetzt hab ich das, wieso ich die Waffe nicht aufhängen konnte. Das hast du den falschen Slot ausgewählt. Junge, die kommt schon wieder. Oh, 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 oh. Oh Gott, die Reißhütten-Zombies. Ja, jetzt hab ich Maschinengewehr. Nice. Oh, die kommt schon wieder. Und dicker. Oh, Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Und weg. Alter, was da kommt? Hinter dir, hinter dir. AIM, 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 AIM. Ich mach die Falle an. Warte, Witz. Oh, AIM. AIM, darfst nicht sterben. Drück, drück Leertaste, drück Leertaste. Falle! Oh, bist du doof? Bist du dumm? Bist du dumm? Brennt, ihr Schwange. Falle, Falle! Brennt. Komm, AIM, wieder hin. Ah, hier, easy. Derek, easy. Guck mal, wie ist denn wegbrennen, die Zombies? Gar kein Ding. Boah, jetzt hab ich richtig viel am Mund geschlagen. Ey, das erste Mal hab ich so ein Ammo-Pack aufheben können. Vorher hat Peric alle gesnackt. Ja, ne? Peric ist richtig als Snackboy. Solo-Cue. Das ist echt so. Er snackt sich einfach alles hier. Sneaky, sneaky. Ich bin halt jetzt Sniper. Sneaky, sneaky. Alter, guck mal hier, die Woden-Crades, ey. Hier. Double, Double. Munition, hier. Wo seid ihr eigentlich alle? Ich krieg hier gar keine Woden-Boxes. Auf, mach uf. Kann ich nicht. Ich hab kein, hab gar nicht genug Punkte. Komm mal, komm mal alle hierher. Wo ist denn das eine Falle? Wo seid ihr denn? Ja, Kev, du fehlst noch. Ja, ich bin on the search. Und du. Hier machen wir Defense. Ich kann kaufen. Defense of Doom. Achso, wir wollen defen hier. Hier, Kev. Ja, wir defen hier. Hier, schön auf die Rampe dann, Notfalls. Wir müssen Notfalls dann hier auf die Rampe. Alter, und dann runter. Ey, kommt mir jeder hier so ein Fenster. Geils. Ja, ich nehm dat hier. Okay, ich halt auf den Gang. Ich guck auch auf den Gang. Ja, und zwar mach ich das richtig professionell, Kev. Aber denkt dran, links nehmen euch das Fenster, ne? Ey, wie geht das? Ich will mich hier an die Wand lehnen. Kannst du nicht an die Wand lehnen. Ich will mich hier an den Tontopf. Zu sandig. Zu sandig. Zu sandig. Kein Halt. Kill 8 enemies using Handguns. Easy, mach ich. Handguns. Da hin kommt's. Oh, links auch. Links auch? Links auch. Easy abgeräbt. Easy aim. Also ich mein mein. Oh, dieses aim. Headshot. Headshot. Try harder, Kev. Oh, hinter uns. Oh, die kommen ja durch, Jungs. Ja, da steht ja auch keiner an dem Fenster. An dem linken. Oh, ein dicker, dicker, dicker. Noch ein dicker. Übergang. Wo kommt die denn? Oh Gott. Auf den Kopf. Da müsst ihr auf den Kopf. Oh, von allen Seiten wird der durch ein Löcher, ey. Ab. Hier. Reparieren. Repair. Holt die Schraubenschlüssel raus. Jungs. Schön arbeiten, schön kloppen jetzt. Hier, guck mal. Bam, 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 bam. Ey, ist das nicht was für dich hier? Guck mal, ein Munitionspaket. Oh, danke. Guck mal, wie nett ich bin. Ja, das sind's top-set. Teamplayer. Oh, hier. Kommen sie wieder. Von links. Von überall, ey. Und weg. Ja, die kloppen auf das Holz, ey. Auf den Holz. Auf den Holz kloppen sie. Alter, jetzt kommen die, jetzt kommen die Viecher, die Granaten werfen. Scheiße. Mach die Falle im Gang an. Sind Sie sicher, dass das nicht meine Granate war? Mach die Falle im Gang an. Ach so, ja, dann war das deine. Nein, die mach ich nicht an, weil die bringt... Oh, Junge. Oh Gott. Die Hunde sind durch. Ah. Abgeriebt. Ich laufe. Ich bin abgeriebt. Oh Gott. Oh, Peric. Ja, ich kann hier nicht an... Oh, dicker. Dicker. Er hatte keine HP-Leiste. Oh Gott, Alter. Nice. Okay. Easy going. Macht mal wieder Heimwerken. Heimwerken, Jungs. Schön die Fenster sauber kloppen hier. Heimwerken. Oh Gott, hier, hier, hier ist noch einer. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Ich klop hier auch mal das Fenster zu. Alter, ich brauch Muni, ey. Hier, ich kaufe mir die Waffe. Oh, guck mal hier, ich reparier die ganze Tür. Also, überlang müssen wir eh weiter, weil uns hier die Ammo ausgehen wird. Bauarbeiter. Wie sieht's denn bei euch aus mit der Ammo? Hau frei oben. Komm, komm, weiter. Ja, weiter gehen. Freigekauft. Guck mal, jetzt eine Falle. Genau die richtige vom Peric. Oh, nee, bitte nicht. Oh, hier ist auch ein Hebel. Warte, ey. Ich ziehe den Hebel. Alter, da unten werden gleich Tausende rein strömen. Das wisst ihr hoffentlich. Oh, das ist ein dicker. Leute, hier ist, äh, nicht ohne. Die kommen hier durch, ne? Ja, hier gar nicht. Nö, nö. Wir haben den Dicken jetzt wieder umgeknallt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ich seh nichts. Mach die Falle an. Alter, muss die scheiß Falle. Ich mach sie an. Mach sie an. Der scheiß Hund. Ich will es doch. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Der hat die Falle nicht angemacht. Hättest du mal auf mich gehört. Zack. Ja, ich, ich, die haben geblockt. Die blocken ohne Ende. Alter, da ist das heftig. Wieder rein, Jungs, rein. Rambo. Rambo ist echt so. Warum kaufst du jetzt Muni? Du hast es doch voll. Nee, man kann noch mehr haben. Alter, der ist nimmer satt. Aim ist süchtig. Ja, echt. Der ist ja Diamond Player. Einfach nur süchtig. So, Jungs, kommt ran hier. Und ihr seid alle tot. Alter. Du bist doch, du bist doch ein Retard, ey. Sterb. Alter. Du bist doch echt der krasseste Retard. Und sterbt alle. Triple kill. Dafür haben sich die 1500 Punkte gelohnt. Locker, ey. Just for the show. Gut, dass ich die Munition gekauft hab. Ja. Gut, dass du was? Munition hat er nur gekauft. Ja, ja. Oh Gott. Dick, Mann. Alter, ich bin tot. Rätzt mich, rätzt mich, rätzt mich, rätzt mich. Komm, ich hole ihn hoch, ich hole ihn hoch. Ihr müsst den Dick abknallen. Oh Gott. Alter, ich wurde richtig zerrippt. Alter. Der hat mich mit der Spaltachse richtig auseinandergekloppt. Headshot, 20 Animes, easy. Machen wir. Machen wir, locker. Weiter, weitergehen, Leute. Weiter. Alter, wartet auf mich. Nein, weitergehen. X, X, Headshot Master, X, X. Komm, jetzt wird mal weitergegangen hier. Ey, ey. Weiter. Hilfe. Weitergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab nicht genug Punkte. Oh Gott, hier brechen sie überall durch. Oh Gott. Oh Gott, nein, nein, nein. Hä, geh doch drauf, du blöd Arsch. Wir können weiter, ne? Ich kann das kaufen. Ja, dann mach auf. Kauf, weiter, wir fliehen. Abadakidabra. Was? Oh, was ist das denn? Alter. Weitergehen. Boah, was ist das? Ey, wo bleibst du? Kamer gleich, kamer gleich. Solo-Q. Was ist das? Solo-Q. Die Leute. Was ist das? Und was passiert, wenn ich das aktiviere? Ich weiß, Parix, stell ich mal auf so ein Gitter und Kev aktiviert das. Mal sehen, was passiert. Wartet mal auf Aim, dann stehen wir neben der Falle. Ähm, komm rüber. Aim, komm rüber. Aktivier. Na. Alter. Alter. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, jetzt kommen wir nicht weg. Wir kommen hier nicht weg. Haut sie weg. Alter. Oh, bei Aim, Alter, da geht die Party of Doom. Ich werf dir was rüber. Boots. Er retzt Aim. Alter, wie er runter... Wow. Alter, das ist doch... krank, das Spiel. Holt Aim ab. Aim. Drück Leertaste ganz oft. Ich gehe einberg. Leertaste. Alle krabbeln wie so ein. Sehr gut. Hau in die Spritze in den Kopf. Spritze in den Kopf. Kopf in den Nacken. Zack. Komm hoch, Jung. Und weitergehen. Weiter geht's. Komm, hier, wir gehen weiter. Keine Munition mehr. Ja, ich auch nicht. Ist egal. Hier liegt noch eine Waffe. Hier liegt noch eine Waffe. Hier geht der Weg weiter. Snipergewehr. AWP. Oh, ne, die bräuchte keiner. Ja, pass auf. Okay, für die Türen macht das irgendwelche. Ja, mach auf. AWP ist ja vor. AWP. Schlitz. Schlitz. Die Asiaten müssen geschlitzt werden. Ja, so ist es. Und nicht anders. Meine. Zack. So, alle mal hier auf die Plattform. Und nicht die, nicht aktivieren. Alle hier auf die Plattform. Weil wenn wir das aktivieren, wenn wir die aktivieren, dann fährt die hoch. Dann kommen die Zombies nicht an uns dran. Okay, nice. Ich würde sagen, die Waffe klären wir noch und dann probieren wir das mal los. Wir sind ja noch vier Enemies. Enemies. Wir sind ja noch vier Enemies. Oh, vier Dickel, vier Dickel. Oh Gott. Knallt sie einfach ab. Knallt sie ab. Ich mit der Pistole. Ins Gesicht. Headshot. Headshot. Und jetzt auf die Plattform, Jungs. Guck mal, hier kommt noch einer. Einer, einer ist noch. Im Alleingang. Ich hab keine Muni, ey. Wo ist er? Oh. Oh. Oh Gott, das ist ein fetter, ey. Mann, ist der Dickel, Mann. Objective failed. Nice. Da hab ich auf jeden Fall nie. So, ich hab nicht genug Geld, um das dann zu aktivieren. Ich aber. Ich auch. Ja, dann warte, bis die Bude voll ist. Und dann fahren wir mal hoch. Alles klar. Babo. Babo. Der Chef weiß, wie es läuft. Der weiß es. Gibt's denn noch eine andere Wattfinger? Nee. Oh, Alter, ey. Oh, Alter. Boah, Alter, der Aim. Ja, die schaffen wir noch so. Ah, guck mal, Aim. Tesla. So, wir haben Technologie. Einfach rein da. Feuer. Oh, da kommt. Kommt was? Ein Dickel, glaub ich, von rechts. Oh, Gott, Alter. Wie viel der aushält, Alter. Oh, da kommen ganz viele kleine. Okay, die schaffen wir aber. Die schaffen wir. Kommt Dickel. Oh, Gott, Alter, lass gehen. Lass gehen. Lass gehen. Hoch. 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 Aktivier die Scheiße. Ich kann nicht ran. Nein. Oh, Gott. Er ist mit drauf. Er ist mit drauf. Oh, Gott. Warte, ich hol dich hoch. Ich hol dich hoch. Ah. Oh, Gott, Alter. Wie aktiviert ihr das nicht? Alter, ich kam nicht ran. Mein Bild geschmacht. Ich wurde weggequetscht. Ich wurde weggequetscht. Wie, ihr kam nicht ran, Alter? Ich wurde weggequetscht. Alter, einmal mit Profis. Nein. Alter, Aim, schrei du mal so rum. Und Granate. Granaten rein. Und Fallern. Einfach in den Nebel. In den Nebel. Oh, Alter. Rambus, ein Scheiß gegen mich. Oh, Junge. Ich sterbe, ich sterbe. Okay, pass auf. Torne Silvettcher. Alter, was die inzwischen aushalten. Alter, warte ich. Ich spritze ihn. Ich spritze ihn. Ich spritze ihn. Oh, Alter, ich bin tot. Alter, der hat mich mit einem Schlag, ey. Nein, Parry, ich hab dich, ich hab dich. Bleib liegen. Nicht bewegen. Guck mal, Doppelspritze. Richtig gedopt, der Junge. Kapau. Alter, nice. Zack. Kev, seine Waffe noch aufgehoben. So, wollen wir mal weitergehen? So, Alter. Komm mal auf die Plattform hier. Ich fand... Ja? Okay. Dann nochmal auf die Plattform. Du renst... Irgendwer rennt falsch. Irgendwer rennt falsch. Ich brauche eine Auge. Ja, der Parry rennt falsch. Oh, hier ist ein Raketenwerfer. Oh. Was? RPG-7. Was? Drei Schuss hab ich. Echt? Warte, ich komm, Beuys. Ich komm mal mit der großen Ader. Alter, ist noch ein Gegner hier. Weg. Hier. Warte, hier. Hand of Blood. Siehst du das? Da kommt der Babo. Oh, Junge. Alter. Da kommt der richtige Babo, ey. Tschüss. Einmal meinten. Also, aufwärts. So. Der erste, der kommt, kriegt direkt die Rakete von Latz. Alter. Irgendein Hund, wa? Boots. Oh, da kommen sie schon. Ihr müsst die weghalten von mir. Ich mach die großen. Warte, lass uns dann hochgehen. Einer muss hier schnellmöglich hoch. Oh. Ja. Ich, 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 ich. Hoch, hoch, hoch. Komm. Komm ran. Jetzt schon? Ja. Oh Gott. Hier, da sind die dicken Parry. Da sind sie. Oh, warte. Alter. Oh, ich muss nachladen. Alter, das geht gleich wieder runter, ne? Dann sind wir am Arsch. Oh Gott, wir kommen hier oben nicht runter mit dem scheiß Smoke. Oh, Alter. Ich hab nix mehr. Oh, ich hör nichts mehr. Oh Gott, ich hab echt auch gehört schon. Oh Gott, hier unten tummeln sie. Oh, jetzt lauf. Oh. Oh. Lauf. Warte, 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 warte. Oh. Oh, rennt. Rein. Oh Gott. Oh, ich laufe. Ich lebe noch. Parryk. Hilf mir, Parryk. Aua. Aktivier die Falle. Nein. Oh Gott. Du Hund. Alter. Ich hab ihn gekillt. Ich so, Parryk, hilf mir. Parryk. Alter. Teamplayer. Ja, ist ein Koop-Shooter übrigens. Ja, man muss mit seinem Team arbeiten. Ja, mit dem Team. In den Boden. Alter, da kommt der Fette. Oh, Junge, ey. Geh nach Hause. Oh. 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 Halt rein in den Kopf. Jungs. Oh, was. Das ist ein dickes Ding. Oh, jetzt kommt der Babo. Jetzt kommt der Babo. Er lasst uns irgendwo hingehen, wo eine richtig krasse Falle ist. Oh, jetzt. Oh, sogar in Zwischensequenz. Oh. Jetzt kommt der Babo. Oh, das kenne ich noch von jetzt. Oh, Jungs, die sind so übel. Sumo-Ringer auf Doom. Oh. 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 Wir sind sogar... Die Flaschen. Oh. Oh Gott. Die Flaschen. Boots. Ich brauche Muni. Das sind zwei übrigens. Oh, ist der laut. Ah, ne, ist nur einer. Oh. Wie schreit er denn rum? Wie war was? Oh, Flash. Ui, ui, ui. Ui. Oh. Knallt ihn weg. Oh. Boots. Alter, ich bin fast instant tot. Boah. Wo ist der? Wo ist der? Alter, da. Ah. Mein. Oh, wie er schreit. Der schreit richtig. Ui. Oh. Der Käpp. Halt die Backen. Oh. Granate. Was ist der laut, Alter? Gegen die Wampe. Oh. Hat ihn erwischt. Granate. Hey, pass auf. Head of Blood. Boah, Flash. Und stirbt der denn? Teleport. Oh Gott. Alter, der hat mich geschlitzt, Leute. Leute. Ich komme. Peric. Oh nein. Oh, Alter. Keule, ey. Der gibt Keule. Hilft mir. Oh. Richtig im Nacken, ey. Alter. Richtig schön weggeballert. Ich hab ihn. Nice, Leute. Easy. Und jetzt klickt mal auf Belohnung dafür. Wenn ihr jetzt auf Continue klickt, kriegt ihr halt für den Boss-Fight Belohnung. Cool. Ein Reward-Token. Reward. Ja, genau. Und promoted wurde ich zum Metal Shield. Enemy Meat Shield. Metal Shield. So, ich würde sagen, wir zocken nur eine andere Map. Genau. Oder wollen wir einen anderen Modus? Mir ist es Wurst. Ja, wir können ruhig noch mal mitmachen. Das war ja lustig. Okay, dann machen wir jetzt... Ja, noch eine Map. Nekrotik, Nekrobo... Dinge. Nekroko. Wo wollen wir kommen? Jetzt machen wir mal Expert. Jetzt machen wir mal Expert. Jetzt machen wir... Ready, Jungs? Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Ich muss mir kurz noch Tokens kaufen. Was musst du hier kaufen? Tokens? Ich hab noch vier Stück. Du hast sieben. Wo sehe ich das denn? Sieben? Ja, ja. Sieben ist ein bisschen wenig. Der Aim. Der Aim muss brauchen nur Tokens. Der ist so oft gestorben. Der Aim, der ist selber... Der hat keinen Aim. Max, was ist das eigentlich passiert? Du bist auf einmal durch die Gitter gefallen. Was war da los? Alter, halt die Fräse. Und was war bei euch los? Da kamen so viele Stöcker durch die Wände und ihr lagt auf dem Boden. Wir wurden einfach durchlächert. Und drei tot. Komm mal ran, komm mal ran. Und tot. Komm mal ran, komm mal ran. Aim doch schön Muni gekauft vorher. Nice. Aim, warum kaufst du eigentlich Muni? Und tot. Ja, das Spiel... Also es hat auch einen PvP-Modus, zeigen wir jetzt nicht. Weil ich denke, das ist echt der spaßigste. Wir haben halt schon ein bisschen rumprobiert, oder ich. Wie gesagt, gestern auf meinem Kanal gab es das auch schon zu sehen mit dem Bruga, der Tyra 4 und dem Foka. Was? Mit dem Bruga, Tyra 4 und dem Foka? Bruga, Tyra 4 und dem Foka. Das sind noch andere Sprayer. Aim, kennst du die hier, fand ich? Boah, ey. Abgehoben der Aim. Abgehoben der Aim. Abgehoben. Alter, kaum 20.000 Abos, denkt er, wer sonst was. Ja, echt. Er spielt nur noch mit Gronkh. Kein Wunder, dass sich die Nachbarn beschweren, ey. Ja, ist echt so, ey. Ich würde jetzt gerne anschneiden, aber ich kann nicht. Ey, das war so witzig in der ersten Runde, wie er eben geschrien hat. Lag da irgendwo am Boden, ey, mit dem Minigab. Der Home ist weg. Bei mir ist, glaube ich, auch irgendwas gerade. Entweder ist es gefreezed, oder? Hä? Bei mir ist es Loading Screen. Bei mir ist der Home weg. Ich komme noch. Ja, bei mir ist auch, der hängt, glaube ich, im Loading Screen. Ich versuche nochmal reinzuprochen. Hänge ich jetzt alleine in der, ich würde jetzt sagen, Charakterauswahl. Da ist es. Oh, jetzt ist bei mir schwarz. Jetzt bin ich in-game. Ja, ich kann jetzt auf Enter drücken. Ich komme rein. Ja, dann, das war, wie gesagt, ist halt die Beta. Noticed. Ihr könnt wieder reinjoinen mit dem Passwort. Die Lobby ist immer noch da. Ich bin disconnected from the server. Wahrscheinlich sind gerade momentan die Server ein bisschen instabil. Ja, wie gesagt. Das ist alles Beta. Genau. Alles neu in der Wache. Es wird noch viel an den Servern gearbeitet und deswegen, ich werde immer ein bisschen tricky. For Piggy. Mann, Ginta. Ich komme nicht rein. Ich glaube, ich muss nochmal ein. Ich bin am Lade Screen. Soll ich einfach halt abbrechen in der Alt-T4 oder was? Nee. Nee, ich bin disconnected. Ich muss mich neu einloggen. Ich musste mich auch neu einloggen. Also, es tut sich was. Ich quitt nochmal. Wir machen nochmal neu auf. Also, Alt-T4. Bei mir ist das Spiel gefrisset. Ich muss auf jeden Fall mich neu einloggen. Ich muss mich neu einloggen. Leute. Ja. Leute. Hm. Aber wenn ich jetzt Alt-T4 drücke, ist doch die Aufnahme weg. Nein. Ähm. Oh, ich bin drin. Nee, du bist in einem Raum irgendwie. Und ich bin allein drin. Und ich kann irgendwie auch nicht raus. Ich kann auch nicht mehr auf den Server raus. Ich kann auch nicht mehr ins Spiel rein. Nee. Ah ja, einer schreibt gerade auch, Lex. Anscheinend liegt es gerade an den Servern. Ja, ich glaube, die Server sind gerade Connection Time Out. Oh, jetzt passiert was bei mir. Ja. Ich glaube, die Server sind gerade ein bisschen runtergefahren. Mh, das ist natürlich doof. Ist das vielleicht nur der German Beta? Oh mein Gott. Fix EOB. Fix EOB. Rito, please. Fix EOB ist. Hey, login failed. Bei mir geht es momentan nicht. Ja, bei mir auch nicht. Ich kann auch nicht mehr rein. Okay, whatever. Ja, dann haben wir jetzt mal so weit. Die Aufnahme können ja irgendwann nochmal aufnehmen. Oder? Ja, aber ich sag mal, wir haben jetzt 50 Minuten gespielt. Ich weiß nicht, ist das in Ordnung? Also, ähm. Die Server sind auf jeden Fall jetzt erstmal down. Anscheinend. Ich bin nicht gerade einzuloggen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Machen wir hier einen Cut. Wir können ja aus Fun das gerne nochmal machen. Also, ist ja keine einmalige Sache. Wir wollten euch das halt jetzt mal zeigen. Ist ja schon gecuttet. Äh, ja. Wollte gerade sagen. Und, äh, ja. Geht auf jeden Fall mal auf die Seite. Ich wollte noch zu sagen. Steht auch in der Beschreibung. Der Kev hat schon die Aufnahme weggebracht. Nein, 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 nein. Und, äh, steht, also die Links zu dem Spiel stehen in der Beschreibung drin. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und, ja, da macht auf jeden Fall Laune, würde ich sagen. Ja, hat man, glaube ich, gesehen. Hat man gehört vor allen Dingen. Bei ihm hat's. Bei ihm, Alter, die Nachbarn haben das gehört, dass das Fun macht. Okay. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.